Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück von Hobby Left. Schönen guten Tag. Guten Tag. Also, heute sind wir hier aneinander geraten, um zu looten, was das Zeug hält. Ein bisschen Electric Port auf die Schnelle. Ein bisschen Dekoration. Was haben wir hier? Hat 3000 Wert, das Ding. Und es gibt immer ein bisschen Glas, aber das wird zu viel Aktion. So, was ich brauche, ist hier von dem Kram elektrischer Mist-Mumpitz. Ja, das wäre so eine Sache. Elektrischer Mist-Mumpitz. Und theoretisch brauche ich auch ein bisschen Eisen. So. Also. Ich habe vor, mir Licht zu machen. Im, im Gefilde. Okay, jetzt habe ich natürlich ... Ich habe natürlich keine Lampe dabei. Hm. Das ist aber ärgerlich. Ich muss mir eigentlich meine Lampe noch mal holen. Oh, wenn die ganz bliebe, das wäre natürlich nice. Aber das geht, glaube ich, nicht. So. Ich schraube mal den Cracken-Book auseinander. Komplett. So. Ich brauche also vier für ... Tut mir sehr leid, aber ich brauche ... Ich brauche mein Licht. Meine Helmlampe vergessen. Äh, stopf. Was los? Achso, Motorwechsel. Ich habe den Motor gewechselt. Ich habe nämlich hier draußen die ... Die Autos auseinandergenommen und noch einen schönen Motor gefunden. Ich muss noch mal ganz schnell mein Licht holen. Und wäre vielleicht ganz interessant, dass wir da auch was sehen da drin in dem kleinen Bunker. Da oben ist noch ein bisschen Licht. Und töff, töff. Das brauche ich hier jetzt gleich. So. Äh, äh, stopp. Hier ... Stopp hier drüben. Jetzt nicht noch ein Beinchen brechen. Mein zweiter. Es ist zwar immer noch sehr warm hier. Aber ich brauche jetzt mein Licht. Da. Ich will jetzt noch einmal schnell ... Da unten ein paar Sachen auseinander schrauben. Und dann ist es ja auch schon gut, ne? So. Warum ich schnell das Mofo umdrehen? So. Warte mal. Vielleicht brauche ich dich. Weg damit. Gut. Gut. Jetzt geht es an den Loot. Es tut mir sehr leid. Aber es muss jetzt sein. Es muss mit Karacho. Ich gebe mal die Knie. Es ist ein bisschen ... Ein bisschen Lautstärke sonst. So. Ich nehme auch ein bisschen ... Ein bisschen Eisen mit. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich will mal was schauen hier. Was ist hier? Ich dachte, da ist ein Souvenir hinter oder so. Nee. Okay. Hier ist noch ... Der Sicherungskasten. Okay. Okay, ihr Lieben. Seid so lieb. Seid so lieb und ... Stört mich nicht beim Spielen. Was ist dahinter schon? Küche? Kann ich so einen Barhocker mitnehmen? Nee, gell. Kein ... Oh. Ich dachte schon ... Ich dachte schon, das wäre so eine Bombe oder so. Den Loot brauch ich doch nun wirklich nicht. Okay. Ist da oben noch was drauf? Nee, ich ... Ich dachte, da wäre was Schönes drauf. Nee, ist aber nicht. Ich will dich mal beruhigen, mein Fräulein. Danke. So. Lass mal die Kasse klingeln. Die ganzen Parts hier. Ein gelockter Safe. Da gucke ich mal rein. Ich hätte meine Orga eigentlich mitnehmen können. Und die ... Die große Steepicke wäre natürlich auch eine Sache. Na, super. Okay. Dann eben nicht. Nur ganz wenig mechanisches Material. Oh lala, oh lala. Fräulein? Was ist los? Stehen Sie auf? Turtschuh. Okay. Ist hier noch was hinter? Manchmal denke ich mir, da muss doch ein geheimes ... Geheimversteck sein. So, mit Licht sehe ich auch was hier. Ach so. Ganz toll. Ist nichts drin. Okay. Geht doch. Abgekürzt. Ist es schneller. Vielleicht fange ich von oben an. Oh, hier ist ... Ich habe extra noch mal ein bisschen Holz mitgenommen. Minus sechs. Okay. Das wäre natürlich so eine Möglichkeit. Eins, zwei, drei. Gut. Ich gehe mal hoch. Wird schon nicht so schlimm sein. Ein bisschen Bammel habe ich jetzt. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Oha. Okay. Hier oben war ich noch nicht. Ich lasse einfach mal ... ... die Jungs, Jungs sein hier oben. Ich überlege, ob der Tower hier ein geeigneter Platz wäre für eine Horde. Da überlege ich gerade. Das könnte doch ... Das könnte doch eine Idee sein eigentlich. Hier drin ist es. Hier drin ist er. Hier irgendwo drin ist er. Macht aber einen Mordzirkus. Einen Orga mitnehmen können. Ehrlich. Ganz wirklich. So. Reingucken. Komm schon. Digga. Nein. Okay. Hier ist auf jeden Fall ... ... ... ... ... ... Oh, Hallöchen. Okay. Gucken wir mal hier rein. Lieber, ein ganz lieber Junge bist du. Du bist ein ganz lieber Junge. Ach, da drüben. Hier ist noch irgendwas hinter. Hier ist noch irgendwas hinter. Was hat der dabei gehabt? Ein Lutscher? Sah ein bisschen aus wie ein Lutscher. Okay. 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 Hallo. Was ist mit dir? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Wo kommst du her? Komm schon. Okay. Ich will mal den Kram wegräumen. Bevor ich hier ausrutsche. Hier ist richtig viel Mut noch. Zombie-Bär, los. Geh weg. Ich will dich wegräumen. Na gut. Okay. Ich brauch den Mist nicht. Ich brauch ihn wirklich nicht. Noch einen. Jawohl, nice. Kaffee und Dosen und so ein Mist. Einen ganzen Mist. Das würde ich aber mitnehmen. Das nehme ich mit. Das ist ein Scrap. Ich glaube, das ist Quatsch, was ich gerade mache. Was kommt denn hier nochmal bei raus? Das ist auch ganz gut. Was habe ich hier? Ich habe es schon wieder mitgenommen. Aber von wo? Brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Die Token. Okay. Die Token nehme ich mit. Das Ding. Das ist Fischgewicht. Das ist ganz gut. Da können wir auch mal Scrap. Das brauche ich auch nicht wirklich. Meine Güte. Dieser Sound. Da kriege ich Bange. Ich lege das mal hier rein, weil ich die Sachen gar nicht brauche. Auch die wirklich nicht. Hey du. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Bruder. Ich stehe mal auf. Elektrik-Kram gibt es jede Menge hier. Okay. Hast du auch so einen? Oh, guck mal da. Schöne Boots. Schöne Boots. Okay, okay. Oh, Mist. Wie auch immer. Das funktioniert gerade. Schöner Schuss. Sehr gut. Okay. Mister. Halten Sie doch mal ruhig, bitte. Äh. Okay. Pause. Drück auf Stop. Okay. Gut. Dann nehme ich den hier nochmal mit. Also es gibt jede Menge Electric Parts. Mechanic Parts. Es gibt hier so viel. Richtig heftig viel. Warum komme ich nicht dran, ne? Ach, egal. Die eine Lampe ist doch wurscht. Aber diese Elektronik hier. Die ist interessant. Komponenten ohne Ende. Electric Parts ist wichtig. Ist die Frage. Aus den Schränken auch. Jawohl. Das ist gut. Was? Ganz oben. Ganz oben auf dem Turm. Soll ich nochmal gehen? Okay. Meinst du wirklich? Oh. Dann gehen wir nochmal hoch. Okay. Also hier muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufräumen. Das ist wichtig. Jetzt gehen wir halt nochmal hoch. Du hast gesagt, wir sollen hochgehen. Okay. Okay. Er hat ein Legel dabei. Ah. Nicht so wichtig. Tabula rasa. Okay. Money, money, money. Keep so funny. Ja. Gib mir euer Loot. Gib mir euer Blut. Okay. Das ist alles nicht das, was ich brauche, ne? Hast du noch was dabei? Nein. Auch. Nicht wirklich was. Oh. Wenn ich nicht schon alles wüsste, würde ich es mitnehmen. Aber. Plastik Part. Okay. Ohne Ende Schematics. Ohne Ende Schematics. Die ganzen Schematics könnte man schön verkaufen beim Händler. Da hätte er bestimmt Interesse dran. Die Kabel hier unten nehme ich nochmal mit. Ich bin fest der Meinung, wenn ich die Horde hier oben konsultieren würde, hätte ich wahrscheinlich keine Mühe, weil sie würde bis ganz oben gar nicht kommen, glaube ich. Wenn die unten spawnt, unten auf der Straße. Oh, das nehme ich mal mit. Oh, das nehme ich mal mit. Wenn die unten auf der Straße spawnt, glaube ich fast, dass die bis so hoch gar nicht kommen würde. Das glaube ich, da glaube ich fest dran. Hallo. Ich glaube nämlich, dass die durch dieses riesige Treppenhaus nicht kommen würde. Die würde es nämlich nicht schaffen. Ich meine Logik. Die hat fast immer gut funktioniert. Fast. Also wirklich immer. So. Ich muss Strom und Kabel herstellen. Da brauche ich ganz viel Material und ganz viel Lut. Das bedeutet, ich werde hier eine ganze Weile beschäftigt sein. Mit auseinanderschrauben. Von den Sachen. Wire Tool. Auch eine Generatorbank. Hier 10, 10, 10. Und die Kabel und die Lampen. Die ganzen Lampen. Die werden bestimmt ein bisschen brauchen. Was habe ich hier noch? Oh, guck mal da. Das kann ich mitnehmen. Das ist gut. Und dann. Hier ist noch was drin. Okay. Papier brauche ich nicht. Ich habe zu wenig Knete. Zu wenig Collect. Mit Dollarschein kann man ja hier nicht bezahlen. Lauf dich weg. Guck mal her. Ich habe gedacht, du könntest mir mal reinfallen. Bress. Okay, Bress nimm ich mit. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich sagen. Oh, fuck. Geht's da runter. Wer länger fällt. Okay. Was gibt's hier so? Der ist gelockt. Okay. Gucken wir nochmal da rein. Ich loote jetzt alles für meine Generatorbank. Für mein Lampenkram. Und nochmal ein bisschen andere Sachen natürlich auch. Schaltkästen, Elektronik. Und wir überlegen, wo wir die Horde machen. Vielen Dank für's reinschneiden, schauen, gucken, lunsen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Kommentary. Really erwünscht. Ich ersichere das mal ab. Also, ich loote noch ein bisschen Komponentenkram. Wir sehen uns. Bis dahin. Fiaty.